Willkommen beim e-Tutorial zum Thema Suche nach elektronischen Medien im Katalog für FAU-Angehörige. Im Katalog der UB kann gezielt nach elektronischen Medien wie E-Books und E-Journals gesucht werden. Wie genau das funktioniert, zeigen wir Ihnen in diesem Video. Zunächst wollen wir nach E-Books recherchieren. Dazu rufen wir zuerst die erweiterte Suche auf, indem wir dem Link auf der Homepage Suche im Katalog OPAK Plus folgen. Im nächsten Fenster wählen wir dann einen Abholort aus, zum Beispiel die Hauptbibliothek. Uns stehen verschiedene Suchfelder zur Verfügung. Fangen wir mit den Titelwörtern an. Nehmen wir an, wir suchen E-Books zum Thema Bildung, Digitalisierung und Innovation. Da wir nur in den Titelwörtern gesucht haben, erhalten wir in diesem Fall nur einen Treffer. Dieser ist deutschsprachig, weil nur deutsche Suchbegriffe verwendet wurden. Um mehr Treffer zu erhalten, können wir entweder ein anderes Suchfeld benutzen oder aber weniger Begriffe eintragen. Sehen wir uns den Treffer genauer an. Am Add-Zeichen erkennen wir, dass es sich um ein E-Book handelt. Über den Volltext-Button werden wir direkt zur Titelanzeige des Verlages weitergeleitet. Da es sich um einen Open Access-Titel handelt, ist das Buch online frei zugänglich und wir können das PDF ansehen und herunterladen. Nicht alle E-Books sind freiem Netz verfügbar. Sehen wir uns deshalb ein weiteres Beispiel an. Diesmal verwenden wir das Feldschlagwort. Ein Schlagwort beschreibt den Inhalt eines Werkes, unabhängig von dessen Titel oder Sprache. Da wir nur nach elektronischen Medien suchen, schränken wir die Trefferliste nachträglich auf den Dokumenttyp E-Book ein. Dieser wird uns in der Liste nicht sofort angezeigt, also klicken wir auf Mehr anzeigen und wählen E-Book aus. Die Einschränkung ist parallel auch nach anderen Kriterien möglich, zum Beispiel nach Erscheinungsjahr. Über Volltext gelangen wir wieder zum E-Book. Viele der im Katalog eingetragenen E-Books sind kostenpflichtig. Solange Sie sich im Netz der Universität befinden, können Sie aber auf alle von der UB lizenzierten Titel kostenlos zugreifen. An den Geräten innerhalb der Universität, auch in der Bibliothek, haben Sie also automatisch Zugriff. Wenn Sie diese Titel von zu Hause aus aufrufen möchten, müssen Sie sich vor der Recherche über den VPN-Client mit dem Uni-Netz verbinden. Dies gilt auch für den WLAN-Zugriff. Ob Sie sich bereits im Uni-Netz befinden, sehen Sie in der Trefferliste auf der rechten Seite in der Box IP-Zugriff. Da wir uns gerade nicht im Uni-Netz befinden, wird uns das E-Book nur zum Kauf angeboten. Sobald wir uns mit VPN verbunden haben, wird uns der Volltext angezeigt. Je nach Lizenzvertrag haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten, das E-Book zu nutzen. Teilweise ist es Ihnen nur erlaubt, das E-Book online zu lesen. In den meisten Fällen dürfen Sie entweder einzelne Kapitel oder das komplette Buch als PDF herunterladen. Teilweise ist dies aber auch auf einen bestimmten Prozentsatz pro Session beschränkt. Da jeder Anbieter seine Webseite unterschiedlich gestaltet, müssen Sie die Option zum Herunterladen in einigen Fällen etwas suchen. Sollten Sie Ihre Hilfe benötigen, können Sie sich gern bei der Online-Auskunft melden. Weitere Informationen über den Zugriff via VPN finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik Recherchieren und Online-Zugang. Eine Anleitung zum Installieren des VPN-Clients erhalten Sie auch in unserem E-Tutorial zum Thema E-Book-Zugriff via VPN für FAU-Angehörige. Sollten Sie Probleme bei der Installation haben, wenden Sie sich gern an das Rechenzentrum. Sehen wir uns nun eine Zeitschrift an. Zeitschriften sucht man am besten über die Tegelwörter. Unser Beispiel heißt Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Füllwörter wie Präpositionen und Artikel können wir bei der Suche einfach weglassen. Da wir nach einer Zeitschrift suchen, schränken wir den Dokumenttyp auf Zeitschrift ein. Ob eine Zeitschrift gedruckt oder elektronisch vorliegt, erkennen wir wieder am Symbol vor jedem Treffer. Auch elektronische Zeitschriften bzw. E-Journals sind entweder freiem Netz verfügbar oder können über VPN aufgerufen werden, sofern die UB über eine Lizenz verfügt. Oft liegen für eine Zeitschrift verschiedene Lizenzen vor. Grün bedeutet, dass die entsprechenden Jahrgänge frei zugänglich sind. Gelb kennzeichnet Zugriff nur über das Uninetz. Mit Klick auf zu den Volltexten werden wir zur Verlagsseite weitergeleitet und können nun auf einzelne Zeitschriftenhefte und Artikel zugreifen. Wenn Sie in Ihre Suche auch Aufsätze und Artikel aus Zeitschriften und Sammelwerken einschließen möchten, lohnt sich eine Suche in Primo. Dabei handelt es sich um ein Zusatzangebot, das eine Fülle von verschiedenen Datenbanken nach Aufsätzen, E-Books und vielem mehr durchsucht. Die Suche können Sie einfach über den Sucheinstieg des Katalogs starten. Da Primo Schlagwörter nicht unterstützt, geben wir unsere Suchbegriffe bei den Titelwörtern ein. In der Trefferliste wählen wir jetzt oben den Reiter Primo aus. Auch hier haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihre Trefferliste einzugrenzen, zum Beispiel auf Aufsätze. Primo zeigt Ihnen bevorzugt Online-Ressourcen an. Das heißt, wenn Sie über VPN mit dem Uninetz verbunden sind, erhalten Sie in der Regel mehr Treffer. Primo eignet sich bei der Artikelsuche allerdings nur für einen ersten Überblick. Bessere Suchergebnisse erhalten Sie, wenn Sie in einschlägigen Fachdatenbanken recherchieren. Welche Datenbanken es zu Ihrem Fachgebiet gibt, können Sie über DEBIS einsehen. Den Link dazu finden Sie auf unserer Homepage. Wichtig bei der gezielten Suche nach elektronischen Medien ist die Verbindung zum Uninetz mit dem VPN-Client. Nur so haben Sie Zugriff auf die von der UB lizenzierten Titel. Um sich in der Trefferliste nur bestimmte Medientypen, wie zum Beispiel E-Books, anzeigen zu lassen, schränken Sie diese einfach nachträglich über den Dokumenttyp ein. Mit einer Suchanfrage können Sie gleichzeitig im Katalog und in Primo recherchieren. Sie erhalten zwei Trefferlisten und können einfach zwischen den beiden Reitern Katalog und Primo hin- und herwechseln. Sollten Sie weitere Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich gern jederzeit an unsere Online-Auskunft.